Gut, dass du es mir gesagt hast, wenn er den Schnabel zuhause hat. Aber hier auch? Mach, wo? Hier am Kopf nur, oder? Ja, nur am Kopf erstmal. Wir wollen ja keine. Hier oben noch. Wo die Feder? Sich aufpusten. Aber hier doch auch, oder? Nein. Okay. Oh, ist das süß. Mein Kleines. Oh Mann, der will jetzt nicht mehr. Der will das immer. Ja, da komme ich jeden Tag zu dir. Nach der Schule. Nach der Schule komme ich denn zu dir. Ich glaube, dass du der Alexandra nicht gehst. Weil ich eigentlich für so ein Nick hier war. So klar. Nicht.